was geht an meine werten freunde willkommen zur störbasis äh zur basis störkandra störbasis was zeile die hatten wir schon hinter uns so ein recht großes level ich erinnere mich aber nicht wirklich dran hat jetzt einen vorteil also wir werden jetzt wahrscheinlich vieles so das war es auch wieder mit dem part ich hoffe das video hat euch gefallen ich glaube so schnell hat noch keiner ein speedrun durch dieses level gemacht so was erwartet uns denn hier ein cycle denn die gehen hinter uns wieder runter ich habe auch keine ahnung mehr wo das puzzle ist sagt mir gerade alles gar nichts mehr es ist ein bisschen problematik eventuell entzug bombo den schande den schwert typ hätte ich gerne mitgenommen die kann man sowieso nicht mitnehmen kleinere plattformen gleiche gegner mehr gegner da fliegen einfach bomben oh gott das könnte jetzt ein bisschen weh tun weil die sind ziemlich stark ein viertel damage ungefähr oder ein fünftel ja ich glaube das kann man schon als sehr stark bezeichnen max mit seinem riesen aoe angriff einfach das war knapp knapp als ich wollte nein ich bin shit runtergefallen meine freunde bleiben ja meine freunde die gehen jetzt nicht weg aber ich muss ich muss auf jeden fall den schwert typen jetzt kriegen also das habe ich nur kack waffen ganz schlecht guter ist auch okay aber ungern thunderbombs sind nicht so geil jawohl shape night sharp night zack und ich bin schwerdo schwerdoran bitte einmal alle blitzen blitzdingsen danke so auch geht's das ist voll easy wow max fliegt einfach nach oben und macht sein aoe angriff auf du zack 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 max du meine güde so psychon brauche auf jeden fall cash sechen paar lebenspunkte wieder oben drauf entweder ihr macht alle oder ihr macht nicht alle also das müsst ihr euch jetzt mal entscheiden ich mach den untersten muss ich hier nicht runter das wäre jetzt gespawnt ja gut easy one hit okay tür ich wollte schon sagen wir damit jetzt weiterfahren nicht dass das irgendwann doch selber wegfällt wäre nicht so günstig so ein störbeat haben wir dabei max wieder mit seiner ultra oh äh das war das rad ne ja weeeee freundeskreis angriff der freunde yeah rollen wir durchs level durch das ist auf jeden fall nicht so anstrengend shit alter das gibt's doch nicht diese eine kleine kackpixel der mich da runter geschoben hat jetzt habe ich wieder keine fähigkeit kann ich mit b irgendwie vielleicht eine fähigkeit aufsaugen 110 leben also ich glaube wenigstens ein leben machen jetzt mir nicht alle gegner werden hier mitgenommen keine ausnahmen und keine gefangenen okay hier ist also das doch nicht aber da oben könnte es sein was haben wir hier bevor ich mach die beiden mal elektro beide danke oh okay wir brauchen wohl doch ein bisschen mehr als ich dachte ihr seid so ne arschgeigen ne just derbeat so aber jetzt wird es wird w w w Und Feuer. Und statt Sych... Ich will Sychern so gerne behalten, aber ich kann Max nicht weggeben. Wie komme ich da jetzt überhaupt aus? Ach, ich muss hier sogar hochfliegen mit dem und dann ihm das machen lassen. Ja, kommst du jetzt mal hier. Danke. Okay. So, jetzt kann ich hier nämlich rein. Ich hoffe, dich brauche ich jetzt nicht auch noch. Ich, ernsthaft? Ich kann ihn nur mit Frost und nicht mit Feuer... Wieso gibt es kein Feuer-Curling? Wer hat sich das denn ausgedacht? Wer ist denn so sadistisch? Nein, wir dürfen kein Feuer-Curling haben. Was ist denn das? So, Feuer. Also, Frost. Also, mach einfach. Whamster-Bams. So. Da ist noch ein Puzzle-Beast. Wir können das Kirby-Mouse-Attack-Ding noch fertig kriegen. I believe in it. So, Feuer. Feuer. Max, du Arsch! Klau mir nicht meinen Platz. Max, du Arsch! Ich hoffe, keiner meiner Zuschauer heißt Max. Naja. Wobei, wir halten nur ein bisschen ungünstig. Da ist es. Steini! 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 Ne, ganz ehrlich. Da spiele ich lieber mit Eis, anstatt den zu nehmen. Es ist halt... Es sind immer so eine One-Hit-Wonder-Dinger. Die können aber nur dreimal benutzt werden. Und ich finde das total kacke. Gibt es eine Fähigkeit für mich? Ja. Ey, ich habe Feuer! Geilo! Burn ich euch jetzt alle in Grund und Boden. Bams. Und einmal noch. Mist. Ich hoffe, ich kriege den U-Turn hin, wenn ich die Combo fertig mache, dass er nach links dann schlägt. Genau das. Beam. Beam, 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 beam. Definitiv beam. Oh, es kann sein, dass wir hier eventuell die richtigen Fähigkeiten rauspicken müssen. Jetzt so alle nacheinander kommen. Also, ich mache die One-Hit. Achso, Max auch. Stimmt ja. Max hat ja Elektrobommeln. Mit seinem Elektroball. Max, das war ganz schön knapp, wollte ich mal kurz gesagt haben. Ja gut, wir haben weder Wasser noch Eis. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Können die aber gegen die Wand bergen. Jetzt haben wir natürlich... Feuer haben wir schon. Alter, und Elektro haben wir auch. Das ist richtig böse. Oh, der ist weg. Schwarze Lochfähigkeit. Und tschüss. So. Puzzle-Peace haben wir auch. Ich hoffe, dich bräuchte ich nicht. Ich hoffe, dich bräuchte ich auch nicht. Dann doch muss ich nochmal zurückkommen. Wofür denn eigentlich? Ist ja egal. Das Puzzlestück habe ich ja. Ey, Quatsch habe ich gar nicht. Das war da, glaube ich, gar nicht drin, oder? Ah, durcheinander. Die ganzen Level. Verdammt. Aber wenn nicht... Ist auch nicht so schlimm. Müssen wir es nochmal machen. Muss ich ein bisschen cutten. Was für euch angenehmer ist. Kann auch sein, dass ich es nämlich gerade verpasst habe, dadurch. Jetzt habe ich es verpasst, ne? Ja. Level Ende. Ich spiele nochmal schnell bis dahin. Ich habe jetzt einfach nur A gespammt. Das war... Egal. Doch, wir haben es. Aber was war denn am Ende drin? Da war nochmal ein Puzzleteil oder so gewesen. Und der Endbosskampf. Da gibt es wirklich nochmal ein Puzzleteil? What? Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, okay. Dann müssen wir erst den Endbosskampf machen. Und dann kriegen wir den Zusatzplaneten. Aber es ist ein langer Endbosskampf. Ihr seht, was da auf uns zukommt. Und ich kann euch sagen, das was man da sieht. Das vorne ist ja, ähm... Party's Anne. Party's Anne. Äh... Dahinter ist der Boss von allen dreien. Der wird auch nochmal ein Kampf sein. Und danach wird es sogar nochmal einen geben. Und ich würde sagen, ich mache die Folge jetzt kürzer. Und die nächste wird dafür länger. Weil es dauert wirklich sehr lange. Wir müssen vor allen Dingen jetzt auch nochmal durch den ganzen Dungeon durch. Dann Party's Anne besiegen. Danach den Boss besiegen. Und dann nochmal den Endboss besiegen. Es dauert echt lange. Ich würde sagen, wir machen jetzt heute mal einen kurzen Part. Nächste Folge ist dann das große Finale von der Story. Und danach geht es dann noch einmal weiter in einem speziellen Modus. Ich danke euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däubchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out of Wreck und Stay Play. Ciao.